Wie eröffne ich eine Schweizer Aktiengesellschaft, eine AG, in einem Tag? Jeden Tag bekomme ich Anrufe von Geschäftsleuten aus aller Welt, die nach einer Schweizer Firma mit Bankkonten suchen. Ich offeriere Ihnen für besonders dringende Fälle bereits bestehende geprüfte Aktiengesellschaften, damit Sie sofort starten können. Alternativ bieten wir auch massgeschneiderte Gründungskonzepte an. Aufgrund meiner 30-jährigen Erfahrung kann ich Ihnen garantieren, dass wir das erfahrenste und schnellste Team für Firmengründungen und Kontoeröffnungen der Schweiz sind. Guten Tag, mein Name ist Enzo Caputo von SwissBankingLawyers.com. Um ein Business schnell zu starten, helfen wir Ihnen bei der Erstellung des Businessplans. Wir suchen die passende Rechtsform, den zulässigen Firmennamen, das optimale Steuerdomizil. Wir helfen Ihnen beim Mindestkapital, bei der Suche nach einem Schweizer Geschäftsführer, nach einem passenden, der Eröffnung des Firmenkontos und bei der Suche nach den besten Buchhaltern und Wirtschaftsprüfern. Außerdem sind wir behilflich bei der Registrierung der Mehrwertsteuernummer, der Anmeldungen bei den Sozialversicherungen, der Analyse von Haftungsrisiken. Wer sofort eine Firma benötigt, kommt zu uns. Machen Sie nicht den Fehler und bestellen Sie Ihre Firma inklusive Schweizer Bankkonto anonym im Internet bei einem gesichtslosen Anbieter. Aus Erfahrung kann ich Ihnen garantieren, dass Sie nie erfolgreich zu einer Kontoeröffnung kommen. Wenn Sie einen Aktienmantel kaufen, also bereits eine bestehende AG kaufen, müssen Sie nicht das Kapital von 100'000 Franken aufbringen, sondern lediglich ca. 20'000 Franken, um den Mantel zu kaufen. So erwerben Sie 100% der Aktien einer bereits existierenden Firma. Wenn Sie glauben, die Eröffnung eines Kontos in der Schweiz sei einfach, dann liegen Sie falsch. Leider ist die Erstellung einer AG inklusive Firmenkonto nicht so einfach, via Mausklick zu bestellen, wie es die vielen Offshore-Anbieter behaupten. So einfach geht es nicht. Schweizer Banken sind immer erfreut, Klienten kennenzulernen, die wir Ihnen vorstellen, weil Sie wissen, dass wir die ersten Due Diligence Prüfungen vorgenommen haben. Sie verlassen sich darauf. Wir bieten Ihnen eine Rolls-Royce-Lösung an, um Ihr Business in die erste Liga zu bringen. Eine Schweizer Firma mit einem Schweizer Bankkonto und einer Schweizer Garantieerklärung ist überall in der Welt willkommen. Mit uns erhalten Sie die Eintrittskarte zu der internationalen Business Community. Die internationale Business Community weiss ganz genau, dass Sie bei einer Schweizer Bank die strengsten Due Diligence Prozeduren der Welt erfolgreich bestanden haben. Wenn Sie sofort die besten Lösungen am Markt für Ihr Business wollen und keine Lust auf kostspielige und langwierige Abenteuer haben, dann greifen Sie jetzt zum Telefon und wählen Sie 0041 44 212 4404. Ich bespreche mit Ihnen zusammen, wie Sie Ihr Business innerhalb von nur einem Tag startbereit machen. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.